Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rachi. Ja, wir stehen hier in der Wüste. Oh, guck mal, wir hinterlassen sogar Fußspuren im Sand. Guck mal, wir können was reinschreiben. Hallo. Okay, dann machen wir uns auf, vielleicht sogar zu unserem letzten großen Kampf. Okay, da hinten ist eine große Stadt, wie es ausschaut. Zwei große Gestalten, ne? Zwei Frauenköpfe. So, das ist woher sie mich senden. Das kann nur die Desserts von Thar sein. Wie werde ich den Garten finden? Das Ort ist in Finite. Aber sie wird es finden. Und sie wird face Mahabalasura. Und sie wird ihn überkommen. Er ist voll von Tricks, das eine. Ich glaube, er hat eine größere Strategie. Rachi muss sich vorsichtig sein, aber sie muss auch swift sein. Ich will mich da nochmal rüber laufen. durch die wüste joggen wie weit können wir denn darüber laufen okay gut weiter geht es nicht alles klar ist das cool gemacht ist das cool gemacht so gucken wir gleich mal hier rüber oder hier hochklettern können schau dich zuhause sie sucht nach einem Tor da schaut noch ein Tor aus ok da kommt es aber nicht durch ich bin immer skeptisch ob ich da nicht irgendwo hochklettern kann ne geht nicht was sind das denn hier große Krieger im Sand verschluckt was ok 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 10 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, ich überlege ja, ob ich eventuell meine ganzen gefundenen Karma-Dinger da umwandle Und in eine einzige Ding stecke, also in nur Feuer oder nur Eis Das war knapp Ich glaube da unten Schauen wir nochmal da rüber, ob wir vielleicht noch so ein Karma finden Vielleicht gibt es hier noch eins Schaut man das nicht danach aus? Eine große schwarze Hand Die gehört zu der Zu der Dame hier Ah, das ist das Das ist das, was wir im Ding immer sehen Im Ladebildschirm Das ist das, was wir in der Nähe des ZDF, 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 2020 Tja, ich denke mal da unten erwartet uns jetzt der Endkampf Ja, da komme ich nicht weiter, das ist hier begrenzt, okay Dann denke ich mir, wenn wir da runter müssen Dann rechts hinten ist so ein Leuchtkreis im Boden Dann denke ich mir, wenn wir da hin müssen Dann ben brauche ich mir, wenn wir da nichts mehr suchen Das ist das, was wir in der Nähe des ZDF, in der Nähe des ZDF und in der Nähe des ZDF, die ich unserst anehmigte Untertitelung. BR 2018 Was ist das? 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 Oh krass, okay. Was ist das? 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 Was war? Was ist das? Ichere mich nach coming! Was ist das? I only seek justice. I only seek my tears. You have tasted my power. You know I can hurt you. Why do you persist? You have tasted my power. You know I can hurt you. I'm dead. Oh god, guys, that's so scary. We have to start from the front, right? Yeah, that's so scary. So, you have more sister? I am sent by the gods themselves to stop you. You waste my time. Be gone. You have tasted my power. You know I can hurt you. Why do you persist? I will not let you win. Okay, so I can do it. Maybe I can do it. So, if you love your sister. I am sent by the gods themselves to stop you. I am not afraid of you. You can't stop me. I am not afraid of you. You can't catch me, sister of Golu. I saved Golu, and I will stop you. Hmm. There is more to you than I am bit. I have the gods at my side. Hurry! I will make you suffer. Stand and fight, you arrogant creature! Stand and fight, you arrogant creature! Okay, einmal versuchen was noch... Okay, einmal, versuchen was noch. So. You now have more sister. You make sure you've suffered. Ich bin mein Bruder! Du kannst nicht mehr stoppen! Ich bin nicht Angst! Du kannst nicht mehr, Frau Kohl! Ich bin mein Maa Durga! 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 Du wissen, dass ich dich verletzen kann! Ich bin dein Maa Durga! Ich bin mein Maa Durga! Ich werde dich aufhören, würde ich nichtина,orianne! Ich werde mach dasberatmen! Ich werde dich nicht nachdenken! Scheiße, die Dinger sind zum Kotzen hier. Ich weiß nicht, was da die bessere Waffe ist. Ich kann hier nichts mehr machen, ich kann hier nichts anderes besser ausstatten. Ich habe dich, Golu, und ich werde dich stoppen. Ich kann hier nichts mehr machen, ich kann hier nichts mehr machen. Ich hab dich, Traumatdurga. Ich bin nicht Angst. ja scheiße echte die dinger sind so scheiße ich bin tot ein bisschen mehr leben wir ganz nett jetzt kommt das wieder da habe ich keine chance wenn er das macht dann bin ich tot da habe ich keine chance ich bin tot I am not afraid of you! You cannot want to stop me! I am blessed by Ma Durga! There is more to you, I admit! You have tasted my power! You know I can hurt you! You know I can hurt you! Hmm, there is more to you, I admit! I will get to the Mega Man! I will make them pay! Give up this fight! For I will not! Fick dich! Entschuldigung! I am not dead! Not even Pumi could kill me! I have the gods at my side! I am not dead! What is my life?! Vom I am not dead! I am not dead! You are your sister! I am sent by the gods themselves to stop you! You've got your mission with your sister, Golu! I saved Golu, and I will stop you! You can't afford to stop me, sir! I am not afraid of you! I am not afraid of you! You can't afford to stop me, sir! I will get to the river river! I will invade them! What do I do to do? I have no chance to stop you! I have no chance to stop you! I have no gods at my side! I have no chance to stop you! 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 I can't react to this attack! I can't do this! I have no chance to fight! I have no chance to stop you! I am blessed by madurga! I will and love you! I am not afraid of you. We'll get to the demarrealm. I will make them pay. You have tasted my power. You know I can hurt you. Not even Bumi could kill me, can you? I will not let you win. Hmm, there is war to you, I admit. Give up this fight, for I will not. Why do you persist? I have the gods at my side. Why do you persist? . . . . Fick dich, hey, blödes Vieh. I only seek justice, I only seek my genius. Only a fool who will try to open the gate. Then slaves, and for what crime? Why should the world die for your vengeance? Ich glaube, wir haben hier einen Bach, oder? Ich sehe keinen Gegner mehr. Ich glaube, ich habe einen Bach. Ich glaube, ich weiß, wenn ihr beatet ist. Ich bin ein Mensch, du wundervoller Geist. Ich bin ein Mensch, du wundervoller Geist. Ja, ich habe mir einen Bug, ich werde wahnsinnig, ich bin nicht so weit gekommen und jetzt haben wir einen Bug. Ja, das ist immer wahnsinnig. Ach, das ist doch ein Kack, oder? Ich bin nicht so weit gekommen und jetzt haben wir einen Bug. Ja, jetzt haben wir einen Bug. Ach, was für eine Scheiße, Leute, das ist nicht euer Ernst, oder? Ja, ja, du kannst mir nichts tun, ich kann dir nichts tun, du siehst mich nicht, ich sieh dich nicht. Also, was willst du von mir? Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, wir lassen das jetzt. Wir versuchen es vielleicht in der nächsten Folge nochmal, in unserer Endkampffolge, weil das bringt dir hier nichts, gegen einen Gegner zu kämpfen, der gar nicht da ist, den wir nur hören, aber nicht sehen. Wir werden dieses Level nochmal starten müssen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und dann schaut man rein beim nächsten Mal, wenn wir das hoffentlich irgendwie wieder gelöst bekommen hier und dann auch hoffentlich den Endgegner schaffen und schauen, wie die ganze Story ausgeht. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüss!